Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euer Ding am Start. Schon bei Darksiders, letztes Mal haben wir schon einen schönen Greifen geritten. Und mit dem sind wir jetzt bis zu unserer Zwielicht-Zitadelle vorgedrungen. Wow, die gute alte Tiamat schillt. Ja, und wir werden versuchen, die natürlich so gut wie möglich auseinanderzunehmen. Nein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und erst mal ihre komischen Typen hier fertig, um uns ein bisschen zu healen. Weil ohne Leben geht nix. Na, also sogar eine Case mit Leben haben wir hier. Dann mach mich mal voll. Nicht schade, dass ich das nicht kaputt machen kann. Auch alles erst später bestimmt. So, da war eine Lebenscase und da hinten ist bestimmt eine Nicht-Lebenscase. Oder ist hier... Der gute alte Wohlcreme ist hier... Was geht ab, Vanille-Backe? Lass mal was kaufen, Alter. Ähm... Ja, was soll ich sagen, ey? Das ist hier alles Bullshit. Das ist alles Scheiße. Das ist... ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Das ist jetzt alles Shit. Ich brauch Zeug. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kaufe erstmal gar nichts. Sei gegrüßt. Der Piss auch. Der will nur unsere Seelen. Der will uns gar nicht weiterhelfen. Der will unser Zeug. Der will unser Zauberschwert. Okay. Was? Wo? Was ist das? Ein Schwert. Okay, und jetzt? Das verstehe ich nicht Was haben wir jetzt eine Kristallklinge oder wie? Die haben wir doch gar nicht aus Das verstehe ich nicht Alter, das ist wieder ein neues Lass mich raten Der erweckt Der wird gleich zum Leben erweckt Was muss ich machen? Ach, ah, ah Hier Ein Rätsel Natürlich Natürlich Da haben wir sogar so einen kurzen Sound bekommen, weil wir das so gut gemacht haben Gemacht haben Und jetzt soll ich was werfen Hey, wo sind die hin? Dann nicht Was ist das denn für eine F***? So, was gibt's hier? Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hin muss Ich bin überfordert Ah, good day Zack 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 Na ja Ah, auf den Boden einer Zack Zack Ah, nice Good job Ich glaube Wir müssen erstmal hier hin Wir müssen uns irgendwie nach oben arbeiten Zu diesem Teil Weil das wäre ja viel zu easy jetzt einfach den Bossfight anzufangen Ist klar So, neue Gegner So Dann kommt mal raus Ihr Bitches So Der platzt Das sind Skelette, ne? Ich meine Da brauche ich eine Key für Nice So Wir haben schön auseinandergepflückt von uns So wie es sich gehört Hoch, runter, runter, hoch, hoch Wie ein Cheatcode Von früher Zack Noch einer Ne Doch Oh shit Was kommt jetzt? Ich traue mir jetzt einfach nur noch Fledermäuse dazu Easy Easy Get over, you son Zack So Getrackt Wo sind die anderen Die weggeflogen sind? Hier Getrackt Hier Getrackt Was das? Na Also Good job Guys Well done Ich weiß immer noch nicht wo ich hin muss Aber well done Von da kommen wir glaube ich Oder? Ja Von da kommen wir Okay Das Ding ist Ja Wir müssen hier lang Ich weiß Ich glaube ja Nee Da kann ich nicht hoch Okay Was ist das? Bombengewächse Nehmen Sie sich die Kräger Und werfen Sie auf Feinde Bevor Sie die Träger Schein Seht damit Was? Was? Cool Cool Hallo 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 Somebody home Okay Ich weiß nicht Wie ich da rüber komme Ich bin Reicht das? Nee Wir sterben sicher Boah Wir müssen es ausprobieren YOLO Doch Locker Ich dachte wir schaffen das Geh weiter man Geh weiter man It was close Boah Fuck Fuck me Okay Tür auf Ja Okay Ist hier eine Bombe Oder sowas Ah Hallo Wir machen ja das Teil jetzt Karte Okay Ja Klingt auf jeden Fall spannend Und weiter geht's So wir haben eine Karte Und da ist der Boss Da hängt der Boah Alter Das sieht ja Fuck wie engelhaft aus Leute Auf den Boden Mit euch Aber Zügig Ja und jetzt Wo soll ich jetzt hin Ich muss da ja jetzt Rüberspringen Gut dass das so gut Geklappt hat Super Geil Und jetzt Da komme ich nicht durch Da ist zu Muss ich jetzt wieder Den ganzen Weg Zurücklaufen Ja geil Das ist ja Richtig cool Dass es da nicht so Safety Shit gibt Na da komme ich nicht hoch Super Das ist ja toll Na klasse Ich wette ich werde jetzt noch 16 mal Da runterspringen Und aber ist das der Falsche Weg Hm Wie lange kann ich die denn auf Das soll nicht der Plan Okay Okay Also Das heißt Ich kann da nicht rüberspringen Mit dem Ding Nice Nice Das ist schon mal gut zu wissen Ich glaube ich muss die Karte studieren Ich glaube ich habe sie studiert Und ich weiß immer noch nicht Wo lang Open the door bitch Ja Da hinten Das ist ja auch Interessant Na Wie Gut zu wissen Ich glaube das War jetzt richtig Okay Okay Ja ja Das sieht schon mal interessant aus Ah Hier sind Gegner Das heißt Wir sind Richtig Sehr gut Gegner sind immer Ein gutes Anzeichen So War das Ah Koss Schön Die habe ich gerade gar nicht gesehen Schweinerei So der platzt auch auf Der platzt auch auf Sehr gut Weiter geht's Wo sind wir jetzt Ziemlich unten Gibt's hier noch ne Kiste Vorher Keine Kiste Für unten Ah doch Es gibt noch ne Kiste So Nummer 1 Down Hier ist unsere Sensor Richtig geil Wenn so viele Gegner Da so rumstehen Das ist nice Zack Der geht auch Down Ja Down Down Hint Gebraucht Zack 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 Good job So Das gebe ich hier In Key Jawohl Den Key Kriege ich hier Da kriege ich Anschein gar nichts Jetzt muss ich wieder zurücklaufen Oder was Jetzt muss ich wieder zurück Ah ne Hier ist noch ein Gang Ja der Key Da wissen wir ja Wo wir hin müssen Mit dem Teil Nach oben Was ist das Das ist aber so ein Typ Ne Loch Ich kann dir nicht zuordnen Aber ja Irgendwie sowas Mäßig Skelett Oder so Einfach töten Einfach töten Das Spiel ist so brutal Wir sind ganze Zeit nur um töten Oh Ho 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 Und Ho 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 Ha das kurz Deleked 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 DOES 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 Sooo, jetzt hoch, oder auch nicht. So, jetzt können wir mal den Key ins Auge stecken, dann können wir aufhören mein scheiß Spiel zu laggen. Oder an meinem PC irgendwelche Updates machen. Das ist ja fucking gorgeous! Kann jemand erzählen, was jetzt passiert? Warum bin ich bei 1 fucking FPS? Hallo? Spiel? Könntest du bitte nicht bei einem FPS sein, sondern ganz normal bei 30? Ja, normal, normal, wie gehen wir lieber weiter? Okay, jetzt sind wir wieder normal bei 70. Okay, sorry Spiel, sorry Model. Ein bisschen FPS Drops und so haben, das ist alles cool. Sooo, unser Schwert, was wir brauchen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Du bist stark, ja. Ja, klar. Komm, mach deinen Auge auf. Komm. Mach deinen Shit. Okay, mach deinen fit für dein�! Oh nein Mann! Boah! Huuu! wieso redet er nicht mit mir er denkt ich bin kein würdiger gegner eigentlich könnte ich mir auch das lebensding nehmen ich glaube das ist ziemlich smart dann habe ich nicht so viele probleme ok ok get on my level bitch so das haben wir jetzt das schwertchen das haben wir gebraucht in dem behinderten boss raum wenn wir locker flockig rüber wieder ganz leger und stress weiss ich weiß nicht nix wieder rechts wow hier tatsache das ding jetzt wenn ich das schwert da rein stecken naja fängt noch nicht der boss fight an oh hallo welcome back sooo ja ja so jetzt können wir in die nächste tür rein und dann in der in der nächsten folge hier 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 Vielen Dank.